Ey, es geht einfach nicht, Alter. Ich krieg das von der Geschwindigkeit nicht hin. Okay, jetzt wieder standhaft bleiben hier. Standhaft bleiben! Max, 40, gerade beim Kuitos. Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen! 9% XR21, WarRide. Hallo, Deko! Oh, hallo, Muchachos! Die Nüsse, da ich gekrawelt. Und ich sag's mal so, wir haben 5 Minuten mitgebracht und zur Not auch noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, ob wir das Biest hier besteigen können. Hm, besteigen? Er meinte 30 Minuten Easy-Challenge. Ja, aber guck, so ein krasser Hindernis, WarRide, hat mir schon länger nicht mehr so pur Hindernis. Obstacle, WarRide. Oh, hallo, Marvin! Hallo! Ciao! Die Reifenserschossen, oder was? Nein, will ich nie was machen. Ja, ha, 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 ha! Nein, 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 sie kann nicht damit umgehen. Ciao! Nein, ich bin weg! Ich sag dir schon mal so viel, bist du... Nein! 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 Weißt du, er kommt wieder so, ne? Er kommt wieder so. Ich kann's, Digga, ich kann's. Vielleicht ein wenig schon kaputt? Digga, wie er plötzlich anhält. Hahaha! Bei mir ist schon alles kaputt. Okay, vielleicht auch nicht. Nein, deine Vorderreifen nicht. 30 Minuten Challenge, easy. Aufsache, man träumt sich noch mal richtig schön. Locker, easy! Hallalalalalalala! Ich habe nicht drauf! Ah! Ich hab keine Ahnung, was dir reicht hat. Oh! No! Schau, Digga, wir sind zu deinem Ziel! Okay, man kann's nicht vom Spawn aus machen. Ah, danke, dass du mich kaputt gemacht hast. Ich muss also nur noch ein wenig Anschwung nehmen. Oh, mein Gott! Digga, man kommt da raus und es geht sofort los! Digga, was geht dir ab? Digga! First Drive bisher! First Drive! First Drive! Erster Punkt, alter Schwede! Das war nicht schlecht, das musst du dir zugeben. Schau's dir an, das war wirklich nicht schlecht. Ich will Respekt haben. Press F for Respect. No, da ist zu! Da ist zu! Ja! Da ist zu! Okay, dafür gibt's ein bisschen Respekt von mir. Alter, Digga! Was hab ich für einen Spider-Sense gerade? Junge, das war alles gerade bei den Edward-Scheiß-Zugebauten. Ja, hab ich's vorher noch nie so gesehen. Ich bin immer noch in meinem First... In meinem First-Try und ich hab den nächsten Punkt schon. Okay, jetzt hab ich einfach verkackt. User! Oh, User! Boah! Das Wechsel in die Höhe ist nicht so einfach. Digga, Gelb war aber krass, muss ich sagen. Aber gefällt der Papa. Gefällt der Papa sehr gut. Gelb, die Marvins Unterhosen. Hm, ne, oder... Ey, Junge, ich schaff diese Fickwand nicht, Alter. Welche Fickwand? Ja, das mit den gesperrten Linien. Achso! Weil ich das Wechsel nicht schaffe. Von der Eins... Also von der Einschränkung nicht. Bin so froh, ey! Auf der richtigen Höhe, aber... Ja? Ja! Jetzt können wir an von Edwards. Okay! Digga, ich bin bei drei Minuten. Und ich bin schon mal im Letzten, glaube ich. Oh, ich bin durch! Du bist durch! Oh nein, es kommt wieder so eine 50-50-Scheiße. Du bist durch, nicht ich. Komm her, ich brauch dich. Ich brauch dich hier, Dego! Ich brauch dich! Digga, du bist sowieso schon gone, Alter. Wir sehen uns vielleicht im Ziel. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, wenn du 50-50-Chancen hast... Ich sag's jetzt schon mal. Oben, unten. Oben, unten. Ja, weil ich da in einer halben Stunde hinkomme und dann nichts mehr von dem weiß, was du mir jetzt erzählt hast. Ja, ich hab's jetzt schon vergessen, wo ich das gerade gefahren bin. Ich krieg das nicht hin, Alter! Oh, ein roter kommt ja noch! Uh, okay! Wahrscheinlich der letzte. Ja. Okay, jetzt dürfte ich's haben. Yes! Ey, einfach keine Chance, ey. Einfach keine Chance. Mama, Mama! Der Digga, der Gabe war aber auch so krass wieder durchgefahren. Da dachte ich mir so, Alter, wie hab ich das bitte first try geschafft? Das Einzige, was mich die ganze Zeit wegfickt, ist diese Scheißwand mit den beiden zugesperrten Scheißdingern. Mach es wahr, Deko! Believe! 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 Okay. Jetzt wieder konzentrieren. Damit hab ich jetzt gerade Probleme. Skillig sein, come on. Versuche, skillig zu sein. Pullspeed hier nach oben schon. Ey, und... Ich bleibe immer beim Rausfahren aus der Kacke hängen, Alter. Ja, ich hab hier gerade auch mein Kryptonite. Auf welchem bist du schon? Bist du schon auf dem blauen? Ich bin auf dem blauen, ja. Ey, da ist so wenig Platz, Alter, wie du das first try gemacht hast. Ja, also langsam hab ich hier ordentlich Probleme. Ja, laber mich zu mit deinem Problem, Alter. Mach da irgendwie vier tries oder so. Ich hab jetzt langsam Probleme hier. Digga, ich war nach einem Try schon hier oben. Wir machen das genau gleich lange, glaube ich. Fast. Ey, es geht einfach nicht, Alter. Ich krieg das von der Geschwindigkeit nicht hin. Oh! Okay, jetzt wieder standhaft bleiben hier. Standhaft bleiben! Max, 40. Gerade beim Kuitos. Oh! Oh! Okay. Da ist der Rote. Der Rote Bruder! Oh, ich hab's endlich, Alter. Er hat es! Das ist auch das einzige schwierige Scheißteil hier. Meine Güte. Komm, 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 komm. Ah! Schade, ich hätte es gerne in fünf Minuten geschafft, muss ich sagen. Für alle Pros da draußen, schafft es in fünf Minuten. Es ist Posse-Bruh, scheinbar. Es ist Posse-Bruh, scheinbar. Ich hab's das gebaut. Okay. Huh! Ja! Ja, eins! Hasch du! Nee, ich hab beim Container verkackt. Ist auch assi, dass da so ein Container auf diesem komischen Pfeil drauf ist. Wo du halt halt nach unten rutschst. Böse gebaut, ja. Okay, jetzt wieder der böse Flip. Da war ich gerade noch relativ easy, weil ich den Speed noch mitgenommen habe von Anfang an. Und jetzt habe ich hier Probleme mit der Geschwindigkeit. Ich bin zu langsam, Alter! Uh! Ich wollte hier noch in die Spirale drehen. Gar nicht. Jetzt, Baby! Jetzt, mein Baby, noch einmal! Hier gleich rausspringen. Nein! Okay, ich kann hier keine Spiralen drin fahren, darüber. Uh! 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 Ding ist, ich hab schon alles vergessen, was davor war. Weil es einfach so viel war. Ey, Junge, dieser komische Pfeil mit dem Container drauf. Das ist ehrlich, gar nicht so einfach, weil man halt nach unten droppt. Man muss das einkalkulieren, wo man anfährt. Ich fahr gerade so dämlich. Den ganzen Skill, den ich am Anfang hatte. Ey, alles gelöscht. Alt R4 habe ich da gemacht im Gehirn. Boop, boop! Ja, auf jeden Fall. Uh! 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 Ja! Uh! Okay, jetzt bin ich bei Grün durch. Blue? Blue, 50-50 Chance. Ach so, oh nein, Alter. 50-50. Oh, endlich, ey. Das war doch gar nicht so schwer, ey. Also, du musst oben fahren, dann direkt nach unten, ein auslassen, nach oben fahren und wieder nach unten. Ja, Plätze verkackt. Andere Richtung, Baby! Andere Richtung! Äh, äh, was, was, was musste Papa hier machen, hallo? Was musste Papa hier machen? Okay, da einfach langfahren, gut. Ja, fünf Punkte fehlen noch, aber ich glaube, ganz so viel ist es nicht mehr. 30 Minuten Challenge, easy. Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Und man kann es auch, wenn man richtig skillig ist. Die ist ganz geskillt. Alpha-Banane, OLEV und keine Ahnung, wer noch so? Die schaffen das, glaube ich, in fünf Minuten. Uh, uh, no! Oh! Ja, hat dir auch der Speed gefehlt? Hä, wohin? Hier hat der, naja, ja. Geht. Ah, man muss doch zurückfahren. Okay. Die, die blaue, schmale Spirale hier, Alter. Oh. Muss gut unten rauskommen. Ja. Ah, jetzt. Ja. Ja. Okay. Einmal Elevator nach Upstairs, bitte. Und wir sind bei Rot. Oh, sieht schön aus hier. Hallo. Bitte mich nicht knacken, bitte. Hallo. Du bist noch hier, ne? Oh, da kommst du. Oh, loll. Kommst du jetzt zurück, oder was? Uh, ja. Ja. Nein, mein Blitzvergang, ey. Dieser Tube. Oh. Oh. Das ist aber auch schon ein bisschen assi, ne? Eich, geht sie. Ich war nur gerade mit der Konzentration komplett am Arsch, weil ich dachte, du kommst mir gleich hingegen. Ja, also ich habe jetzt die Tube zweimal verkackt. Ganz runter und, uh. Aussortierer. Keine Ahnung, ob du in den Pfeilen irgendwas, äh, ist. Uh. Bitte mich nicht weghauen, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin extra ausgewichen, Alter. Und er fährt mich wieder von oben an, ey. Digga, ich habe dich nicht mal gesehen. Hättest du dir mal sagen können, dass du da kommst. Was für gesehen? Ich habe dich auch erst gesehen, als du bei mir warst. Ich habe es trotzdem noch geschafft, auszuwäsch'n. Ja, ich nicht. Ja, habe ich gesehen. Ja, weil ich in der Kurve war, du Lappen. Jetzt bleibe ich am Zeppelin hängen, Junge. Ich war doch schon durch jetzt. Ich bin jetzt bei der schmalen Stelle. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Bitte. Äh. Nein. Ich war der Tube verkackt. Das war wieder Weitsicht. Mach mal immer so. Piep, piep, piep. Werd immer lauter, wenn du in der Nähe bist, ja? Du siehst mich eher. Ja, Digga. Bin ich als Nebenjob jetzt irgendwie Angehungsmine oder was? Ich hoffe. So, schmale Stelle, Diko? Aber auch nur, weil du explodierst, wenn du vorbeifährst. Zeppelin? Wo bleibt der Piepen? Hallo? Piep, 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 piep Alter, ich glaube, wir müssen den kompletten Wall wieder zurückfahren. Jetzt wieder alles zurück, oder was? Ich glaube schon. Warte, ich schau nochmal kurz. Ja, ich glaube, jetzt wieder komplett zurück. Alles, was wir vorwärts gefahren sind, ist wieder rückwärts. Ja. Okay, ja, dann brauche ich doch noch ein bisschen. Dann wird das echt harrig noch. Aber ob das dann noch in fünf Minuten schaffbar ist, auf keinen Fall, das wird zu lang. Das nicht. Vielleicht von der Strecke nicht mehr. Einmal hier hoch. Nein, ich muss jetzt diese so 50-50-Chance jetzt wieder irgendwie hinkriegen. Warte mal, wo fängt man dann an? Oben oder unten? Ich glaube, unten. Das war unten. Von unten nach unten. Und dann direkt, warte mal, so. Dann direkt hier nach unten. Einen auslassen. Und jetzt wieder nach oben. Ich bin nicht nach oben gekommen. Aber das war es, ja. Alter Schwede. Wow. Okay, aber nur noch das, dann haben wir es. Oh, das orange Ding wird immer richtig hart, das Ding zurückzufahren. Alter, ja. Da werde ich jetzt die Probleme haben. Ich habe es der First Strike geschafft. Du hast alles mitgenommen, was geht. Oh, okay, ich bin am Ende. Sehr gut. Und jetzt heißt es für mich auch wieder eine neue Runde, eine neue Rückwärtsfahrt. Gib ihn. Okay, nächster Punkt. Weiter geht's, Baby. Ab nach unten. Ab nach grün. Ich weiß gar nicht mehr, was grün überhaupt war. War grün cool? War grün kacke? Grün war Brate. Äh, grün war relativ einfach. Wobei, war grün nicht das mit den Containern? Ich glaube, grün war das mit den Containern. Ja. Aber. Ich muss sagen, eigentlich waren alles immer relativ einfach. Gehen gut, klar. War relativ einfach, bis auf ein Element meistens. Aber wieder. Ein knackiges Element. Komm, wir machen jetzt alles hier First Strike. Jetzt geht's runter. Nach der Orange. Na ran, ja. Und verkackt. Puh. Puh. Ja. Aber ich würde immer noch sagen, 30 Minuten Challenge ist auf jeden Fall machbar. Alles andere könnte knackig werden. Ja, durch. Ey, Junge, ich stelle mich gerade so behindert an mit diesem scheiß Warlight-Flip hier, Alter. Äh, man muss jetzt wirklich komplett orange zurück. Würdest du dich verkack eiern? Oh. Okay. Warum müsste denn nur orange nicht zurück sollen? Ich weiß nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ausschaut. Nee. Okay, da war erstmal ein Checkpoint. Gut. Dann geht es. Alles jetzt wieder schaffen. Komm. Ja. Oh. Oh. Ja. Das wird haarig. Digga, wie konnte ich das First Strike schaffen? Bisschen schneller. Oh. Oh, zum Glück, Alter. Oh. Sobald ich es geschafft habe, bei Rot den Warlight-Flip zu schaffen, bin ich komplett zurückgefahren. Ja. Okay. Oh. Alter Schwede, wie bin ich denn da durchgekommen? Bin einfach Hawkeye. War ich hier richtig? Oh, fuck. Oh, ja. No. Ich habe bei dem Scheiß Lalom-Fick verkackt. Ich fange mir, glaube ich, nochmal alle Farben nach oben. Jetzt kommt Grün. Jetzt kommt Blau. Ja. Rot. Das war eigentlich schon eine geile Map. Und man hätte bestimmt noch das um fünf Minuten verkürzen können. Sechs Minuten. Das wäre schon eine geile Zeit gewesen. Wir sind jetzt bei 18.30. Für euch eiskalt, für alle guten Spieler, eine 15-Minuten-Challenge. Für alle Solala-Spieler, 30-Minuten-Challenge. Für Profis 15, schafft es. Komm. Geh hast du ins Ziel? Nee, nee. Warum nee? Soll ich? Ja. Dann will ich aber, dass du mal wieder ein Ziegenritual maust. Und wir fahren rein in die Kiste. Also, 15 Minuten Profis, 30 Minuten Noobs. Gönnt euch. Gönnung, gönnung, gönnung. Warte, schaffe ich den Slalom noch? Loll, ich bin schon falsch angefangen. Okay. Ziegenritual. Dann machen wir zur Feier des Tages mal wieder ein Ziegenritual. Meine Freunde, Daumen nach oben nicht vergessen. Checkt die Beschreibung. Instant Gamer, unseren Key-Stelling-Partner. Twitch Up. Bis dann. Reingehauen. Reingehauen.